Tja, und ich habe jetzt alle versammelt, die, also mal abgesehen von Employer selbst, die mit dazu beigetragen haben, dass hier ein großer Jubel war. Mein Falk Weißmaier trainiert, André Panz ist der Besitzer. André, erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Thorsten. Wir haben es vor dem Rennschirm gesagt, also du bist ja erst in den Rennsport eingestiegen und Employer, der macht dir so viel Spaß, das ist der dritte Sieg in diesem Jahr. Das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, mehr als das. Das ist Wahnsinn. Also es macht riesig Spaß. Ich bin ja jeden Tag bei ihm, er ist so einfach in der Handhabung und dann öfter noch richtig gute Rennen. Also wir sind einfach unendlich glücklich. Die ganze Familie hängt dahinter, der ganze Stall hängt dahinter. Das ist einfach ein ganz, ganz tolles Pferd. Mayren hat vorhin im Interview vor dem Rennen gesagt, naja gut, also die zwei Rennen, wo wir nicht ganz vorne dabei waren, die sind irgendwo auch entschuldigt, weil es immer in irgendeinem Kritikpunkt, ich meine, dass das Kriterium nicht geklappt hat. Aber jetzt hat heute wieder alles gepasst. Ja, kann man nicht anders sagen. Also letztes Mal war es ein bisschen unglücklich gelaufen. Und heute hat alles gepasst. Die Lücke ging auf. Marian hat noch geschrien, geh durch, er geht durch und gewinnt da drin. Manchmal ist es gar nicht so schwer. Das stimmt allerdings. Manchmal ist es gar nicht so schwer. Was kriegt das Pferd jetzt heute Abend als Dankeschön? Auf jeden Fall gleich ziemlich viele Möhren. Streichleinheiten kriegt er eh immer. Also dem geht es schon gut. Gut, dann fang ich jetzt mal einmal, Marian. Du schreist also, geh in die Lücke und dann macht es der Jockey? Das wäre schön, wenn es immer so wäre. Aber man hat natürlich von außen einen anderen Blick. Und wenn man dann sieht, dass man dann schon ziemlich chancenreich im Endkampf sich auffällt, dann kann man auch schon mal ein bisschen Emotionen durch. Definitiv, aber es ist ein tolles Pferd. Ja, das steht außer Frage. Also es ist ein super Charakterpferd. Es ist im Rennen einfacher zu reiten als zu Hause. Aber er macht jede Menge Spaß. Sehr schön. Family ist auch da mit dabei. Also jetzt können wir, glaube ich, zur Siegerehrung schreiten. Luka Delosier ist da. Auf geht's, Kinder. Dann gehen wir Richtung Siegerehrung. Dann gehen wir Richtung Siegerehrung.